Musik 32 Grad und es wird noch heißer 2 Schrauber Alles stinkt Musik Himmelreich Und Himmelreich Und Himmelreich ist oben Und der Jakobsweg Hä Warte mal Jetzt lachen wir nicht da Jetzt lachen wir doch da Ja Das ist komisch Aber der sagt richtig Mal wieder Der sagt richtig Ja komm, wir laufen weiter Wird schon passen Anstrengendes auch? Hält Wir müssen schon da hoch Warum hast du uns etwas anstrengendes genommen? Hurst du die Ausstattung eines Wie stört du in die w Was da geht es weiter es stimmt schon da oh ne warte mal es ist schon da binklig Das war's für heute. Das war's für heute. Ah, guck mal. Das ist total, ne? Guck mal. Wo wollen wir? Eng. Das heißt ja auch. Ah ne, da geht's nicht rein. Nicht. Aber da, wow. Schade. Da darfst du nicht rein. Warte, ich zeig das gleich. Das ist ein enges Loch. Wo ist das enge Loch? Nö, da sind wir gerade. Wir stehen gerade mit auf dem enge Loch. Glaubst du? Ah, da ist das enge Loch. Und da geht der Glettersteig hoch. Da ist nichts mehr dran. Aber da komm ich glaube nicht rein. So geht's ja gleich hinter oder was? Ne, aber das Loch ist zu eng. Hehehe. Der reist ja auch so. Guck, bis April. Puh. Puh. Ah, mir schützt das in den Kopf auch. Ja. Da können wir doch. Da könntest du fast reinkommen. Au. Ja. Aber das gehe nicht mehr. Aber ich? Ja, dann machst du das. Danke. Bin ich ein fettes Schwein? Fettes Schwein. Fettes Schwein. Na, dann seht ihr so Gitter nachgemacht. Puh. Huah, ganz viele Fliegen. Ne, geht auch nicht weit. Schon war nur ein enges Loch. Doch, da unten geht's noch. Ja, doch, da kann ich jetzt noch weitergehen. Aber da kann ich nicht durch. Au. 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 Ja, wir müssen den Helm anziehen nächstes Mal. Ja, jetzt sind da viele Viecher. Krieg ich da jetzt nicht rein. Da muss ich jetzt echt fast auf den Bauch. Das ist echt ein enges Loch. Enger Spalt. Ja. Warte mal, da gibt es noch was da. Ja, doch. Ah, fast Nachtshöhle. Da müssen wir runter. Da, da, da. Ich schätze da, weil da ist ja nichts. Ja, aber hier an sieben Meter da. Da müssen wir da und über da. Glaub schon. Ne, warte mal. Vielleicht hast du doch recht, ja? Ja, habe ich doch. Ja. 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 Ja, doch. Kann schon sein. Dahinten. Ah, da. Guckst du. Das ist ein Höhleparadies hier. Ja. Ja. Da geht es gleich alles weiter rein. Ah, vielleicht doch. Waschloch, Ralf? Ne. Veratmen. Veratmen. Ne, da muss ich kriechen. Oh, ist da kalt. Da muss ich kriechen. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Schön kühl. Au. Boah, ein bisschen brennt jetzt. Au. Ja. Ah. Blöd. Scheiße. Wann ist das denn? Da muss ich auch nicht drinnen jetzt hin. Da muss ich auch nicht drinnen. Das ist ja, ob es noch kalt ist. Ja? Bestimmt. Wenn es unter 30 Grad hat, hat es unter 30 Grad, geht es. Schwächling, hachst du auf, das geht doch hier als erstes trinken, wenn du so schwach bist. Ich darfst nicht den Nacken leeren. Ich darf nicht den Nacken leeren. Bleibt noch. Rucksack schafft. Ich darf nicht den Nacken leeren. 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 Ich darf nicht den Nacken leeren.